Zum Kollegen-Gespräch Bonjour Berlin begrüße ich heute Juliane Schäuble vom Tagesspiegel im Hauptstadtstudio. Frau Schäuble, ich habe die Kanzlerin und den SPD-Kandidaten erwähnt, die beide das französische Wahlergebnis begrüßt haben. Da muss sich ja ein tolles deutsch-französisches Verhältnis entwickeln. Das ist schon sehr offensichtlich, dass sich alle freuen und auch alle so ein bisschen den Schwung gerne vielleicht hier rüberholen würden. Für sich selber, wir haben ja auch Wahlkampf bald richtig. Der neue Präsident in Frankreich hat es auch ganz gut angestellt. Er hat als erstes die deutsche Bundeskanzlerin getroffen. Er hat Hoffnung gemacht, dass ihm Europa sehr am Herzen liegt und dass vielleicht das deutsch-französische Projekt auch ein bisschen nach vorne bringt. Und ich glaube, Deutschland kann sich freuen, wenn es auch in Frankreich einen Partner hat, der mit an Reformen arbeiten möchte und vorankommen möchte in Europa. Ja, Sie haben das angesprochen. Ich will das zitieren. Schulz, der SPD-Kandidat, hat gesagt, wir brauchen im September auch den Wechsel in Deutschland. Also da wird französische Politik hier instrumentalisiert. Sie haben auch Europa angesprochen. Wird sich Europa mit Macron wieder positiv entwickeln? Es ist noch sehr früh, glaube ich. Seit vier Wochen ist er im Amt. Er hat noch keine Fehler gemacht. Das ist sehr gut. Es gibt, glaube ich, dem europäischen Projekt Schwung. Die Begeisterung vieler Franzosen, gerade auch der Jungen, für Veränderungen, für Fortschritt, für Europa, ist, glaube ich, schön zu sehen. Und gibt auch uns, färbt auf uns auch ein bisschen ab, dass man an diesem Projekt festhalten kann, dass man gemeinsam voranschreiten kann. Wir hatten so eine lange Phase, wo wir eigentlich gedacht haben, oh, es geht alles immer nur in die falsche Richtung. Und die Populisten werden stärker und profitieren davon. Und das ist eigentlich so, hat sich ziemlich gedreht. Und die Franzosen sind da ein großes Vorbild. Im Vergleich zu den Briten vor allem schaut man gerade lieber nach Paris als nach London. Dennoch wird sich Europa reformieren. Das hat Macron schon angedeutet. Er hat Ideen entwickelt, was die Finanzsituation in Europa angeht. Also mit einem Finanzminister für Europa, mit einem Budget für Europa, wobei man sich fragen kann, was soll damit bezahlt werden. Also vielleicht ist die Euphorie dann doch etwas gebremst, wenn es an die Einzelheiten geht. Wahrscheinlich ist das so. Wenn es konkret wird, wird die Arbeit auch ein bisschen anstrengender, als wenn man nur darüber spricht. Ich glaube, nicht alle Vorschläge stehen dem entgegen, was die deutsche Bundesregierung möchte. Die Frage ist, wie es mit dem Rest von Europa aussieht. Europa ist deutlich größer, die EU ist deutlich größer als Deutschland, Frankreich. Sie können vorangehen, wenn sie in die gleiche Richtung wollen. Ich glaube, mehr Verantwortung in Brüssel, einen europäischen Finanzminister zum Beispiel, ist, glaube ich, kein Vorschlag, der hier durch die Bank weg abgelehnt wird. Insofern gibt es da bestimmt Gemeinsamkeiten. Nicht alles sieht man ähnlich oder gleich. Aber auch wir haben, wie gesagt, eine Bundestagswahl im Herbst. Und bis dahin wird auch nicht so furchtbar viel passieren. Jetzt kommt die Sommerpause und dann muss man weiterschauen, wie gut man miteinander zusammenarbeiten wird. Macron ist auf jeden Fall gestärkt. Und das ist, glaube ich, kein schlechtes Zeichen für Europa. Ja, ganz viel passiert ist in Großbritannien. Da wird eine neue Regierung gebildet, die weniger Macht hat als die alte unter einer absoluten Mehrheit von Frau May. Damit sind wir bei Europa. Wird es für Europa schwieriger, jetzt mit Großbritannien zu verhandeln in dieser, Kommentatoren sagen, chaotischen Situation? Ich glaube, schwierig war es ohnehin. Die Vorstellung, dass in einer Woche die Brexit-Verhandlungen wirklich beginnen, mutet jetzt ein bisschen sehr ehrgeizig an nach der Wahl. Frau May hat sich ziemlich verzockt. Müsste eigentlich zurücktreten nach allen politischen Regeln, die es gibt. Vielleicht tut sie es auch noch, wenn der Druck zu groß wird. Und Europa muss, glaube ich, aufpassen, dass es keine Schadenfreude entwickelt. Davon war ja die Rede auch in den letzten Tagen. Man darf auch nicht, man darf auch, man hat auch nichts davon, wenn die Briten komplett verunsichert sind und geschwächt sind. Es wird aber, glaube ich, nicht einfacher. Es ist, wenn ein Land nicht selbstbewusst ist, wenn nicht klar ist, in welche Richtung die Regierung gehen möchte, das Land gehen möchte, dann ist es sehr schwierig, konkret zu verhandeln. Und denn darum geht es am Ende. Wie genau sieht der Brexit aus? Wie hart wird er? Wo verbleiben sie drin? Welche Regeln, wo gibt man ihnen auch ein bisschen nach? Und der Kompromiss muss am Ende stehen. Die Uhr tickt und in zwei Jahren soll es eine Lösung geben. Das ist nicht einfacher geworden mit der Wahl in Großbritannien und mit dem Ergebnis. Die Uhr tickt auch für die deutsche Politik in Richtung 24. September, also Bundestagswahl. Und diese Überschrift stand auch der Parteitag der Linken am Wochenende jetzt. Und im Prinzip haben alle sich überlegt, wie entscheidet sich die Linke in Sachen Rot-Rot-Grünes Bündnis. Da gibt es welche, die sind dafür und welche, die sind dagegen. Und das ist so geblieben. Da hat sich nichts geändert, außer dass man das Gefühl hat, der stärkste Beifall, den hat Frau Wagenknecht gekriegt, die eigentlich im Grunde gesagt hat, Opposition ist schon doch ein bisschen schöner als Regieren. Und es sei denn, alle machen genau das, wie wir es wollen. Die Partei macht es, finde ich, vielen Wählern sehr einfach, wenn sie sagt, dass sie gar nicht unbedingt regieren möchte. Und allein die Tatsache, dass Frau Wagenknecht den meisten Erfolg gekriegt hat, lässt, wenn man Rot-Rot-Grün möchte als Bündnis, lässt nicht große Hoffnungen erwachsen nach diesem Parteitag. Letzten Endes wirkt sich das aber auch auf die Sozialdemokraten aus. Denn eigentlich brauchen Sie die Linken für eine Regierungsbildung. Rechnerisch, wenn die Vorhersagen stimmen, ginge es im Moment sowieso gar nicht. Aber der Partner fällt für die SPD aus. Muss die SPD da reagieren? Ich glaube, sie hat es schon getan. Ich glaube, Herr Schulz hat schon klargemacht, dass das eigentlich keine wirkliche Option mehr ist. Die Unterschiede sind doch zu groß, die Hürden sind auch zu groß. Denn so Forderungen wie die Auflösung der NATO, auch wenn jetzt nicht der unmittelbare Austritt beschlossen wurde, die stehen eigentlich komplett dem entgegen, was auch die SPD möchte. Das heißt, es ist ganz arg schwierig, sich vorzustellen, wie diese Partei, und das müssten Sie ja auch mit den Grünen noch zusammen, wie diese Parteien zusammenkommen könnten. Und es ist auch wirklich nicht einfacher geworden, wenn man sich als, wie war das, als Zottel bezeichnen lassen muss, als Kanzlerkandidat. Der Respekt der linken Führung vor dem möglichen Koalitionspartner ist nicht sehr groß. Juliane Schäuble, herzlichen Dank für Ihre Interpretation. Danke nach Berlin. Gerne, wieder schon.